Der GT2000 von ESIX ist einer der beliebtesten Stabilschuhe auf dem Laufschuhmarkt. Der Fünfer profitiert von den Neuerungen, die sich beim Cayano durchgesetzt haben und ist sogar noch eine Spur leichter geworden. Um den Schuh noch interessanter zu machen, wurde das atmungsaktive Obermaterial überarbeitet, was den Schuh noch anpassungsfähiger macht. Die internen elastischen Bänder im Mittelfußbereich umschließen deinen Fuß und geben dir so einen sicheren Halt. Der hohe Laufkomfort bleibt auch beim Fünfer erhalten, dank der Fluid Ride Zwischensohle und den Gelelementen. Mit der bewährten Stütze auf der Innenseite, die für deine Stabilität sorgt, bist du auf deiner Laufstrecke problemlos unterwegs. Natürlich darf die Guidance Line nicht fehlen, sie wurde den Schuheigenschaften angepasst. Sie macht den Schuh auf der Außenseite flexibler und auf der Innenseite stabiler. Der GT2000 von ASICS hilft dir beim Erreichen deiner Ziele, weil er jedes Tempo mitgeht und deinen Fuß permanent unterstützt. Starte durch in deine Runnerspoint Filiale oder bestelle ihn direkt hier bei uns im Onlineshop unter runnerspoint.com.